Ja, schönen guten Abend zusammen. Danke für die Glückwünsche. Ich denke, wir haben heute verdient zwei Punkte hier behalten und alle, die in der Schwalbe-Arena waren, haben gesehen, dass unsere Jungs mit Vollgas in das Spiel gegangen sind. Die Körpersprache war da und das nach einer sehr anstrengenden Phase, wo sehr, sehr viele Spiele waren, dass wir zum Schluss etwas unkonzentrierter vielleicht gespielt haben oder nicht mehr so diszipliniert. Das muss man einfach nachsehen. Man wollte es einfach zu gut machen. Das ist halt auch normal, wenn man dann die Chancen zu schnell sucht. Aber wer mir vor der Saison gesagt hat, hätte wir überwintern auf dem siebten Tabellenplatz, dann hätte ich das kaum für möglich gehalten. Und von daher eben an dich und Lützel ein Riesenkompliment, an die Jungs ein Riesenkompliment, an die Zuschauer ebenso ein Riesenkompliment, dass sie uns hier so unterstützen. Und wir haben jetzt Zeit zum Regenerieren und dir, Daguer, wünsche ich alles Gute in Katar, auf dass wir da die Spiele so spielen, wie wir uns das alle erhoffen. Und ich freue mich auf die Handball-WM und kann nur hoffen, dass wir auch im FreeTV zu sehen sind. Ich hoffe noch auf Sport1, dass da was kommt, weil für den Handball ist das natürlich immens wichtig, dass wir zu sehen sind. Und ich freue mich, wenn wir euch sehen können. Dankeschön. Vielen Dank.